Moin Leute, Willkommen zurück zu Assassin's Creed Chronicles China und wir machen, wir starten die nächste Erinnerung. Ja, ok, ok, upgrades, mehr Wurfmesser, erhöhte Beteiligungsdauer, Update fürs neues Spiel plus, verbesserte Gesundheit, äh, Shaoyun, die sich jetzt in Yuda-Jungs Festung befindet, muss sich nach oben durchschlagen und auf der Suche nach ihrem nächsten Ziel einen Weg um die Festung herum finden. Ok, interessant. Oh, hier sind schon welche. Aha, okay, das ist natürlich krass. Hier könnten wir das machen. Und wieder hoch, ne? Und wieder hoch, ne? Oh, super, sehr gut. Just mal wieder hoch, heating wie Tischchenk gabuckst. Oh, die haben mich nicht gesehen. Feier ich. Ja, weg. Ja, weg. Ja, weg. So. So, war doch einfach. Ich weiß gar nicht, was die alle haben. Also wirklich. Oh. Nein, verdammt! Verdammt, das hätten wir ja noch gut hinkriegen können. Und das ganze nochmal. Und jetzt hoch, 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 verdammt. Nein, das war nicht schlau, das war nicht schlau. Das hätte man besser machen können, auf jeden Fall. Das war nicht so. Das war nicht so. Das war nicht so. Wie geht es denn? Genauso wird das gemacht. vom anderen machen wir es auch nochmal, ne? Oh, der da oben hat auch gesehen. Aber der wird nicht sehen, dass ich hier den mache. So, was auch immer das war, ich hab's mir geholt. Auf krasse Basis. Mhm. So, geht doch. Das werden wir auch noch hinkriegen. Wenn der sich jedenfalls nicht umdreht. Ja, perfekt. Und was ist hier drin? Oh, eine Schriftrolle. Fünf. Während des Interregnums benutzte der Shaoyun ihre Spionalfähigkeiten und hoffte einen Weg zu finden, ihre Privilegien als kaiserliche Konkubine zu erhalten. Dabei entdeckte sie, dass in der verbotenen Stadt ein geheimer Krieg ausgefochten wurde. Die Tiger nun unter der Führung von Sang Yong arbeiten insgeheim für einen geheimen Orden namens Templer. Daneben gab es eine zweite geheime Bruderschaft in der kaiserlichen Gewalt, die sich Assassinen nannte. Ihr Anführer war Wang Yangmin, ein berühmter Fürst und Philosoph, der vor vielen Jahren aus Peking verstoßen worden war, weil er den Eunuchen Liu Yin beleidigt hatte. Schnell hatte Shaoyun begriffen, dass die Tiger hinter den Kulissen China und die erfolgreich einflussreichsten Männer am Hof kontrollierten. Da sie bereits genug Macht besaßen, um eine Magnette auf den Thron zu setzen, beschloss sie, Kontakt zu den Assassinen aufzunehmen und sich ihnen anzuschließen. Ja. Ja. So sieht's aus. So. Oh nein. Oh nein. Ach komm. Das war nicht so schlau. Wir hätten da erstmal bleiben sollen. Weil er sich dann auch direkt umgedreht hatte. Jetzt dreht er sich um. Bum. 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 So, und jetzt? Wo müssen wir jetzt hin? Ah, einfach hier weiter, ne? War gut. So, hätte ich auch schon eben drauf kommen können. So, und mal wieder. Hier. Rüber. Wir könnten, theoretisch. Jetzt. Und dann könnten wir pfeifen. Super. Oh, das ging gerade noch gut. Gerade noch. Und davon haben wir genug. Warte mal, wo geht's hier ganz unten noch hin? Oh. Irgendwas. Irgendeine Schrift, also Schriftrolle 6. Shaoyun informierte Wang Yang-Min, den Gouverneur von Yang-Chi und wichtigsten Denker der neukonfuzianischen Philosophie, darüber, dass sie seine geime Identität als Entfer der Assassine entdeckt hatte. Leider war sie nicht die einzige, auch die Tiger hatten inzwischen erkannt, dass Wang Yang-Min ihr Erzfeind war. Sie hatten angefangen, ihn überwachen zu lassen und bereits viele seiner Verbündeten identifiziert. Sie waren bereit, zuzuschlagen, um Peking von den Assassinen zu besäubern. Das Chaos am Hof, das durch das Fehlen eines offiziellen Kaisers verursacht wurde, war die perfekte Gelegenheit für die Tiger, um unliebsame Gegner auszuschalten. Sie planten eine massive Operation, um die Assassinen loszuwerden. Doch dieses Mal unterliefen ihnen einige Fehler. Die Konkubinen erfuhren von der Verschwörung und Shaoyun konnte Yang-Min rechtzeitig warnen. Ach ne, Wachen informieren, passt schon. So, okay. So. Nein, 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 nein. Ach komm. Das ist nicht gut so. Wir müssen schon noch hier hoch. Ah. Okay, Lanzenwache. Ganz warte. Gesundheit wenig, Schaden hoch, Angriffsgeschwindigkeit schnell, Entdeckung Mittel. Verzeihertribute, Wertrückenrolle ab, Gegenangriff. Okay. Äh, ja. Nein. 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 Hoffentlich entdeckt. Nein. Verdammt. Naja. Ich würde sagen, wir machen hier nächstes Mal weiter. Bis dahin und ciao. Leute.